Ja, mein Name ist Robin Kessler. Ich arbeite für die Urban Industries als Logistikleiter seit November. Ja, was gehört zu meinen Aufgaben? Mein Aufgabenbereich wird so aussehen, dass ich die logistischen Prozesse optimiere. Da geht es nicht nur um die Waren eigener Waren ausgehen, sondern auch, dass die entsprechenden Liefertermine eingehalten werden. Wir versuchen, durch diverse Systeme Sachen zu optimieren, implementieren. Unsere Ziele sind ganz da, dass wir die komplette logistische Bereiche oder die Prozesse so weit optimieren, dass das alles reibungslos läuft. Wie bin ich zu Oberen gekommen? Also es ist tatsächlich so, dass ich Urban schon länger verfolgt habe. Die mediale Präsenz, wisst ihr ja, wie sie ist, ist sehr hoch, wird auch sehr groß geschrieben bei der Firma Urban. Durch eine gute Bekanntin habe ich dann letztendlich den Schritt gewagt, mich dort initiativ zu bewerben. Und ja, habe dann dort Felix persönlich kennengelernt und ja, wir hatten ein super intensives Gespräch. Es war sehr interessant, die Ziele und die Voraussetzungen, die Felix da einem bietet. Ja, haben einen wirklich gepusht, sich dann letztendlich für diesen Schritt zu entscheiden, bei Team Urban anzufangen. Vorher war ich stellvertretende Logistikleitungsposition unterwegs für ein großes Schuhunternehmen in der Textilbranche. Ja, habe dort Schuhe von A nach B verschifft, über die ganze Welt. Habe dadurch diverse Kontakte kennengelernt. Ja, in der Produktionsbranche ist sehr vielfältig und dieses Wissen oder die Kontakte, die ich für die Connection, die ich mir aufgebaut habe, ja, sind sehr von Vorteil und wird das Team Urban sehr weit nach vorne bringen. Ja, bei Urban Industrie ist es so sein, dass ich zukünftig die logistischen Prozesse optimiere. Sprechen da sowohl im Bereich Import als auch im Bereich Export. Der eine oder andere, der sich in der Logistik auskennt, weiß, dass die Rüstungsindustrie sehr speziell ist. Das sind sehr viele zolltische Themen, die man dort wissen muss. Das sind Genehmigungen, die man sich bei bestimmten Institutionen einholen muss. Ja, und dieses fundierte Wissen, was ich mir über Jahre hinweg eingeeignet habe, werde ich jetzt bei Team Urban anwenden. Also es ist tatsächlich so, dass mir als erstes aufgefallen ist, dass das Team sehr positiv eingestimmt ist. Die Leute haben richtig Bock zu arbeiten. Also Respekt wirklich an jeden Einzelnen, an das gesamte Team. Es freut mich sehr. Ich wurde superherzlich aufgenommen. Ja, mit Felix hat man nicht nur einen super Chef, sondern auch mittlerweile einen guten Freund, den man wirklich auch bei anderen diversen Problemen jederzeit ansprechen kann. Ja, es pusht einen selber nach vorne und man fühlt sich sehr aufgehoben. Ja, welches Aufgabengebiet macht mir aktuell sehr viel Spaß. Es ist tatsächlich so, dass es ein bisschen andererseits gedacht ist, das ist eine neue Software. Sprich, wir fangen mit einer neuen Software an, diese Entwicklung dabei, die einzelnen Prozesse kennenzulernen. Jeder hilft sich untereinander, um dort die entsprechenden Prozesse so abzuarbeiten, dass dort nichts schief geht. Die gesamte Entwicklung, jedes Einzelnen ist wirklich erstaunlich zu sehen. Die ersten Wochen war es natürlich sehr chaotisch in Anführungen gestrichen. Man musste schauen, wie man sich irgendwie weiterhelfen kann. Der Nachteil ist aktuell noch, dass man natürlich mit zwei Softwaren arbeitet, um natürlich den normalen Geschäftsbetrieb fortlaufend zu halten. Das ist logisch. Das Schöne ist aber daran, man weiß, wenn man sich Software kennengelernt hat, kann man dann entsprechend die anderen Mitarbeiter darauf schulen. Und ja, so kann man sich das Team wieder als Ganzes ergänzen. Das generelle Miteinander ist wirklich ein absoluter Traum. Man macht sehr Spaß. Man kann sich wirklich super unterhalten mit denjenigen Einzelnen. Man kann zu jedem jederzeit hingehen, wenn man irgendwo Hilfe hat, wenn man Punkte hat, wo man vielleicht nicht weiterkommt oder sonstiges. Das Verständnis aufbringt. Jeder nimmt sich die Zeit, um wirklich alles sehr klar und deutlich zu erklären. Zum einen haben wir die Weihnachtsfeier logischerweise. Und dann im Juni wird man bei den Masters mitmachen. Das ist natürlich ein sportlicher Anreiz für jeden Einzelnen. Ja, und ich denke, als Team O-Bahn werden wir das Ganze gemeinsam gut durchziehen. Solltest du oder ihr auch mal Probleme haben, was die logistischen Prozesse angeht, könnt ihr euch jederzeit gerne auf der Homepage informieren. Ihr könnt euch gerne jederzeit bei mir melden. Ich versuche jedem Einzelnen zu helfen. Da ist im Import-Export-Bereich normale logistische Prozesse, Systeme zu implementieren. Oder auch einfach allgemein Fragen zu Waren, Eingängen, Waren, Ausgängen. Brauchst du eine Optimierung? Melde dich. Ihr sollt nochmal andere einzelne Fragen auftauchen im Logistikbereich oder in anderen Abteilungen. Und scheut euch nicht, die Fragen zu stellen und könnt ihr unten reinschauen. Irgendwo hier unten wird es sein. Wir helfen euch.